Was ist cerebraler Perfusionsdruck? Das Gehirn ist ein komplexes Organ, das eine ausreichende Blutversorgung benötigt, um normal zu funktionieren. Der Blutfluss zum Gehirn wird Perfusion genannt. Cerebraler Perfusionsdruck ist in der Regel die Kraft des Drucks in den zum Gehirn führenden Arterien, des Blutdrucks in den Halsvienen und des intrakraniellen Drucks im Kopf. Der mittlere arterielle Druck kann Blut in den Kopf drücken, während der ICP den CCP senkt. Blutgefäße im Gehirn, sogenannte Arterionen, können sich normalerweise erweitern, um den Druck zu senken, während sie sich verengen, um ihn zu erhöhen. Durch die Autoregulation können sich Arterien im Gehirn erweitern und verengen, um den Druck im Gehirn relativ konstant zu halten. Eine Änderung des Blutdrucks im Körper hat daher in der Regel keine große Auswirkung. Wenn der cerebrale Perfusionsdruck nicht auf normale Weise reguliert wird, kann dies zu einem druckpassiven Fluss führen. Es kann zu einem unzureichenden Blutdruck im Gehirn kommen, was zu sauerstoffarmen Zellen führt, die eine als Ischämie bezeichnete Erkrankung verursachen. Zu viel Druck im Gehirn kann neurologische Schäden auslösen und Teile des Organs zum hernieren bringen. Der cerebrale Perfusionsdruck muss typischerweise in einem engen Bereich bleiben, damit der Blutfluss und die neurologische Aktivität gesund sind. Nach einer Kopfverletzung kommt es häufig zu einer Kompromittierung, und Ärzte können den CPP überwachen, indem sie den Jugula-Wehendruck und die Sauerstoffsättigung verfolgen. Wenn die Durchblutung des Gehirns zu gering ist, sinkt dieser Sättigungswert, da mehr Sauerstoff aus der geringen verfügbaren Blutversorgung entnommen wird. Der cerebrale Perfusionsdruck kann auch überwacht werden, indem die Stoffwechselaktivität von Gehirnzellen bewertet wird. Positronen-Emissions-Tomographies ganz werden häufig verwendet, um diese Bereiche abzubilden und diese Aktivität mit dem CPP zu vergleichen. Manchmal wird ein Katheter in das Gehirn eingeführt, um den Stoffwechselzustand eines Bereichs zu bestimmen. Diese Methode ist normalerweise invasiv und das Vorhandensein des Katheters kann den physischen Zustand der zu messenden Bereiche verändern. Manchmal können die Symptome eines Patienten verwendet werden, um den zerebralen Perfusionsdruck zu bestimmen. Ärzte können den ICP beispielsweise danach abschätzen, ob jemand Verwirrtheit oder Schläfrigkeit hat. Der mittlere arterielle Druck kann mit der resultierenden numerischen Schätzung verwendet werden, um den CPP zu bestimmen. Die Ergebnisse für Opfer von Schädelverletzungen werden häufig auch durch die Überwachung des zerebralen Perfusionsdrucks vorhergesagt, da die Durchblutung und der Druck im Kopf normalerweise mit der Gehirnfunktion und der Fähigkeit zur Heilung korrelieren.